Und weiter geht's Richtung Maliher Ziergarten, ja, Maliher City, ein Beispiel fernöstlicher Form, vollendheit, ja, im letzten Part waren wir im Äther, Versteck im Äther Foundation Lager und ja, so kann man es nennen und heute werden wir mal weitergehen hier Richtung City, wir schauen direkt mal rein, wie das hier aussieht. K considered in Japan so aus, wenn wir sie so spielen, und dann was auf die Karte einer Reihe ist. Ist alles sehr japanisch und, oder halt chinesisch aus, halt so ein bisschen, vom Boutique er japanisch, weil der spiel wurde von Japanern. entwickelt nintendo game freak und so weiter ja muss glaube ich nichts zu sagen und ein pokémon center ja nice und damit seid gerüst meine lieben zwerge gnome hobbits und älter dumm zu einem prats pokémon ultramont mit dem zwergenfürst und der zwergenfee hier in mali city ich gehe mal gleich mal ins pokémon center meine pokémon heilen das wäre glaube ich das beste so und da sah ich schon tani stehen wird uns direkt weiter führen in die nächste dialog sache ja dann mal auf willst du was irgendwie holen wir unsere pokémon raus und kämpfen muss das jetzt sein muss das jetzt sofort nach der ankunft auf die insel sein ach so ich kann nicht weiter bevor ich nicht gekämpft habe ich was zu kämpfen gerne doch los geht's und wenn es unbedingt sein muss naja wie gesagt der letzte part war ja nur geredet das war ja nur dialoge in der etter foundation also ja kann man jetzt auch mal wieder kämpfen nachdem wir im letzten part so wenig gekämpft haben und uns nur mit leuten unterhalten haben und dialogen gelauscht haben ist auch mal zeit jetzt hier wieder was zu machen ich glaube das ganze in ordnung so marie text setzt super wassertornado ein das kann man sich vorstellen dass das sehr effektiv sein kann der sollte doch effektiv gegen wassertornadon sein also setzt mal platzwerk ein das könnte eventuell was bringen das bringt etwas das ist zumindest nicht ineffektiv aber das ist nicht so effektiv noch einmal platzwerk merkt wieder meine nase zu und das ist schön ich hoffe ich werde es aushalten ich werde jetzt hier nicht während des parts zusammenbrechen wegen der erkältung ja meiner grippe halt meine nere grippe ja ist klar und die wurde besiegt ja ist klar gegen den flamara und ich kämpfe dann noch weiter so viel dazu so lea bist du irgendwie effektiv gegen das flamara ich habe nämlich gar kein wasser pokémon im team hm ist mit sandi vielleicht doch die falsche entscheidung und wäre mit kit dann doch vielleicht besser aber was soll es vielleicht bringt es dann die auch noch irgendwas moge lieb können wir das mal versuchen das fehlgeschlagen ok ja das scheint sehr stark zu sein das flamara und ich schätze wir müssen den besiegen also wir können nicht einfach abhauen also wir können sich einfach abhauen wenn wir nicht bestanden haben das ist seltenst der fall wir müssen das besiegen bevor wir weiter in der story können steve der war doch immer sehr stark der war doch immer ein guter kämpfer dann würde ich mal sagen jetzt in seiner neuen entwicklung kann man den mal einsetzen das ist ja wohl was passiert das ist ja wohl was passiert ich bin unsicher aber machen wir mal weiter kämpfen das ist ja schön ich merke gerade ihr seht die namen der gegnerischen pokémon gar nicht ja gut das ist jetzt so eingestellt ist jetzt ein bisschen blöd aber ich hoffe das stürze nur im kampf und da fehlt dann im endeffekt nichts na pikachu gegen raichu na das soll was werden ähm level 31 immerhin aber die attacken sind nicht sehr effektiv alle attacken insgesamt kann man sich vorstellen warum ähm ähm äh ja ok dann setzen wir einen bläber ein auf ja auf wen auf guti das könnte doch unter dem ständen was bringen ich merke gerade mein team ist wahnsinnig ineffektiv gegen jegliche art von blitz oder elektro pokémon das ist eigentlich irgendwie ja das ist eine große schwachstelle das ist eine gigantische schwachstelle wenn man das mal berücksichtigt doch sogar mhm das könnte mir doch irgendwann mal auf den fuß fallen supertrank also hoodie ist wieder belebt und mary ist tot ripp mary so zu sagen so hoodie dann mach du mal dein ding ich hab schon gesehen die attacke unheilbehörden soll effektiv sein also hau rein sehr effektiv sogar okay wieso kann der eine psychoattacke das reichow oha und wieso bringt das so wenig mein unheilböhn alter hoodie ist mein letztes pokémon hier im team und bei ihnen sind scheinbar noch alle pokémon komplett wird so angezeigt ich bin zwar der meinung ich habe schon zwei besiegt aber scheinbar habe ich das nicht getan seltsam seltsam reichow hat es ordentlich drauf ja kann man so sagen das kommt überraschend die stärke von tali oh gehen wir nicht ins bahncenter haben wir es einfach nicht geschafft oh ok geht es auch weiter prima übrigens zwergflie ich schenke dir ein wolverockium z pia hatte ihn mir eigentlich im doppelpack mit einer maxima laser gegeben aber ich habe ja nicht mal ein wolverock in meinem team ich auch nicht aber egal du hast den zettkristall wolverockium z wolverockium z wolverockium z wurde in der zettkristalltasche verstockt du und deine pokémon sehens total vergnügt aus opi hat gesagt wenn man kämpfe genießt statt immer nur kampf krampfhaft den sieg zu erzwingen zu wollen wird man irgendwann ganz plötzlich von allen allein stärker kräg 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 ihm knack kräg boys k Detroit cho to dont gefährlichen kräg 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 und skripturen und macht nichts von wegen suchen diese anfangs suchen ja also er von er gibt anzusuchen sucht aber nicht und ich will hier den rest absuchen er ist klar meine jetzt sie hatten soll es ein t-haus geben wahnsinn oder gut ich schlage vor wir teilen uns auf ja ich weiß du wirst ja sinnlos rumstehen und diese gründen skripturen um beachten ich soll hier auf lange reise gehen obwohl ich weiß dass der professor dort drüben ist jenseits der brücke einfach mal rüber gehen dann sind wir dort aber gut er soll mich ja hier mal umschauen ich soll mal erfahren was der mal hier zählgarten ist jung und dann mal voran so wie ein kleiner trainer kommen wir uns schön ausruhen eben nicht dass das wirst du was anderes machen würdest du oder fleckmann meine fresse juna mal weiter hier ein trainer der wirklich gegen uns kämpfen will macht auch jetzt voll dran vorbei aber da wird wohl nichts da wird wohl nichts raus so zeit für ein erinnerungsfoto und jetzt musst du nur noch eben schnell verlieren nichts da ich sollte einfach mal nicht aufnehmen wieso mache ich das ich bin krank ich werde krank hier nicht gut hier aufzunehmen du findest das alte gras samen was auch immer so wie können wir angeln oder was vielleicht finden wir ja ein gutes wasser pokémon für das team das beißt nix an ok wirklich nicht angeln im ziergarten jungen was haben wir da oh ein geradus erscheint hui wenn das kein gutes pokémon ist wenn das kein gutes pokémon ist so steve fangt es dir ja nicht du fangt es dir sondern hilf mir es zu fangen 23 das geht so können wir noch trainieren können wir mit ins team nehmen kann man machen cool so was hier zu finden pflücker was bringt das fuchtler ja ich weiß gar das ist stark das erst mal zu besiegen könnte unter umständen etwas schwer sein aber das ist auf jeden fall ein starkes wasser pokémon also auf jeden fall das muss mit ins team hallo aber unbedingt unbedingt so nochmal pflücker hier und jetzt können wir es vielleicht mal fangen mit einem hyperball superball superball heilball netzball tauchball tamerball flirtball nestball finsterball da haben wir noch einen superball 16 super bälle haben wir zack rein mit den superball nein er will nicht hat sich wieder befreit ja ist ja auch klar so ein starkes pokémon das lässt sich nicht so einfach fangen und mein vogel wurde besiegt mein steve nein ich will ihn nicht wo die komm du mal raus hier ist dein pokball vielleicht schweißt du mal das geradus entsprechend pflücker ist vielleicht schon ein zu viel vielleicht schadet das ihm zu viel und beendet den kampf nein 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 das wird den kampf beenden nein nein am arsch kacke 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 ich wäre so gut geworden das ins team zu haben ich ärgere mich pikachu level 32 scheiße ich angle weiter vielleicht kriege ich jetzt ein neues geradus wenn das nicht selten ist perle ok da war eine perle meine stimme versagt langsam auch nur ein guldini davon habe ich schon eins ich brauch kein zweites geht nein nicht zurückziehen zu früh eingezogen ich weiß und weiß nichts an vielleicht sollte ich an eine andere stelle gehen eine riesen perle schönen perlen kann ich gewinnbringend verkaufen aber ich werde einen gardus in gardus da gibt es noch eine andere stelle zum angeln bestimmt ja da gibt es eine stelle ich fange ich werde an gardus zack das beißt nichts an ach habe ich das einzige gardus des sees entkommen lassen noch besiegt ich weiß los zack angeln das einer holi schon der welt dreißig das doch auch positiv Na komm, bitte Garethos. Nein, du bist kein Garethos. Du bist ein Carpador. Ein Carpador Level 19. Na komm, geh mir weg. Gar nicht hier. Mit Level 15 ist der noch nicht mehr trainierbar. Schön, Schuppe. Ich kriege ja immer diese ganzen Schätze hier. Ja, auch gut. Kann ich verkaufen, kann ich Geld kriegen. Ich weiß nichts an. Meine Güte. Garethos, das war so eine gute Sache hier. Das hätten wir fangen müssen. Das hätte ich nicht vergeigen sollen. Verdammt, Mist. Das war so ein Fehler von mir. So ein Fehler. Ja, und Perlen und große Perlen und schönen Schuppen hier. Was bringt mir das denn hier, wenn ich hier ein Traschätze sammle? Geht ruhig nun durch als am wenigsten. Ja, komm hier. Gib her. Riesenperle. Das weiß nichts an. Da kann man hier wirklich Stunden stehen. Ich habe wahrscheinlich wirklich das einzige Garethos hier am See gerade besiegt. Scheint so zu sein. Carpador. Ja, es ist halt wirklich, es ist halt wirklich irgendwie die Mutti gewesen und die kleinen Carpadors jetzt hier sind wirklich die Geschwister oder was. Level 12. Da brauche ich gar nicht zu schwächen. Das kriegen wir einfach so hin. Eins. Zwei. Drei. Vier. Carpador gefangen. Warum nicht? Pikachu Ls. 209 Erfahrungspunkte und geht sie. Jo. So sieht es aus. Entwickelt sich zu Gardos. Die Kamen sind sehr kreativ. Ich weiß. Die wieder auf der Box. Naja. Hatte ja eine lange Karriere hier am Team. Vielleicht nehme ich es mir auch irgendwie wieder mit. Ich werde es sehen. Erstmal hier mal weiter und die Story verfolgen. Jo. Ähm. Finden wir mal heraus, wo der Professor ist. Ja. Kann ja. Kann ja sein, dass wir das mal herausfinden. Okay. Der lässt uns nicht vorbei. Hier kannst du nicht vorbei. Du kannst nicht vorbei. Jo. Schau. Pass. Das kleine Kind hier. Macht einen auf Gandalf. Ich komme hier von der ganz anderen Seite oder was. So hier einmal von hinten drin kommen. Hier könnte ich auch nochmal angeln. Aber was soll das. Na doch. Komm. Ich mach es mal. Ich kriege hier noch ein Gardos. Das beißt nichts an. Ja. Na dann. Ich komme auch von der anderen Seite der Brücke. Hey Tali. Ich bin schon drüben. Ja. Ich suche mal ein bisschen ab. Das sollst du jetzt hier eigentlich machen. Mal über die Brücke gehen und mal hier ein bisschen weiter suchen nochmal. Ja gut. Ich mach es mal für dich. Tali ist einfach mal ein fauler Sack. Hey. Ich habe dann. Tali. Was hast du gemacht? Hast du auch nicht gesucht oder was? Ah. Professor Kui. Oh. Hallo. Er strahlt ja über das ganze Gesicht. Ist irgendwas Tolles passiert? Ähm. Was ist denn passiert? Das war der Wahnsinn. Hey Professor. Du wirst es nicht glauben. Ein Ultrafort hat sich geöffnet. Und dort war ein Ultrabestie und zwei Gestalten aus einer anderen Welt. Du musst. Das musst der du Professor Birnert erzählen. Er stottert heute ein bisschen der Tali. Wow. Durch die Ultraforte ist also eine Ultrabestie gekommen. Und die Bewohner einer anderen Welt waren ebenfalls dabei. Fantastisch. So was erlebt man nicht alle Tage. Na dann. Ist es ja umso wichtiger, dass ihr durch die Inselwandererschaft stärker werdet. Wer weiß. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ihr durch eine Ultraforte gehen könnt. Also gut. Die nächste Prüfung findet auf dem Gipfel des Okolani-Bergs statt. Dort kommt man mit dem Bus hin. Geht einfach zur Bushaltestelle auf Route 1 10. Professor. Professor. Geh schon mal vor. Ich schaue mir noch einmal den Mannerseiterladen an. Schau da nochmal vorbei, um meine Pokémon ein bisschen zu verwöhnen. Alles klar. Okay. Zwergfee, ich warte an der Bushaltestelle auf dich. Ich komme sofort. Zwergfee, weißt du was? Äh. Was denn? Auf dem Okolani-Bergs gibt es eine Sternenwarte. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was eine Sternenwarte eigentlich ist. Aber ich werde es wohl bald herausfinden. Bis später. Wolltest du nicht die Mannerseiter kaufen in Mannerseiterladen? War das nicht so? Der Mannerseiterladen ist aber hier, oder? Nein, ist er nicht. Okay, ich weiß, wo er hin will. War auch schon richtig. Wutkeks. 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 Ah. Sein Wutkeks. Ah. Ja. Ungefähr so. So, zurück zur Brücke und Schnell mal zum Bus. Ich will mich natürlich erstmal noch in der Stadt umschauen. Selbstverständlich. Mal hier, hier in City. Ja, da gucken wir uns ein bisschen um. Einmal zum Pokémon Center hier. Und das Pokémon Team heilen. Bei Gelegenheit vielleicht mal einfach mal das Karpator trainieren, damit es zu einem starken, richtig großen Geräusch heranwächst. Großer Stark wird ordentlich mit Spinat füttern. Hast du etwas Zeit für mich, Zwerg und Fee? Ich habe eine Bitte. Piu. Aber zuerst. Ah, also, ich wollte wissen, wie war denn der Eindruck von der Präsidentin des Erderparadies? Ähm, ich weiß nicht. Ich bin mir relativ unsicher. Ich weiß, sie sah schon crazy aus. Also, sie war schon etwas verrückt. Aber, ja, hm. Das werden wir wohl noch erfahren. Oh, äh, natürlich. Ich dachte, vielleicht hättest du sie getroffen. Ja, ich habe sie getroffen. Bitte entschuldige meine seltsame Frage. Äh, ähm, also, was ich dich eigentlich bitten wollte. Und du möchtest zu den Ruinen? Ja, ganz klar. Ja, so ist es. Ich will mit Wölkchen zu den Ruinen von Ola Ola. Aber um dorthin zu gelangen, muss man zuerst eine Wüste durchqueren. Dich zu bitten, mich dorthin zu begleiten, wäre eindeutig zu viel verlangt. Och, wieso will ich auch doch alles für dich durchquere? Ich will es dann. Selbstverständlich doch. Aber in der Bibliothek von Malia soll es ein Buch geben, das mir weiterhelfen könnte. Würdest du mir vielleicht dabei helfen, danach zu suchen? Ich weiß, dass die Bibliothek von Malia irgendwo im Zentrum von Malia City liegt. Da sollte ich also schon irgendwie hinfinden. Na den. Brechen wir mal auf. Durch Malia und schauen uns Malia hier ein wenig an. Was haben wir denn hier? Eine große Statue. Oh, da können wir durchgucken, können wir uns hinstellen. Pappaufsteller. Marco Huita. Ich bin's Marco Huita. Marco Huita. So ungefähr. Ja, gut. Und hier stehen ein paar Autos mit Zelten drauf. Das sind so ein paar zusammengerollte Zelte. Okay. Joa, hier geht's nicht rein. Alles klar. Joa. Dann mal hier ein bisschen umgucken, was gibt's hier in Malasadas oder was? Klar noch, das ist in Malasada da. Und Tali ist nicht hier. Selbstverständlich. Willkommen in Malasada da. Der wie, der ist gut und schmacks und alona. Welches Malasada darf ich dir anbieten? Chili Malasada, bitte Malasada. Chili. Ich bin ein Schraufa-Fan. Klang für Fan. Dann nimm bitte Platz. Ich bringe dir gleich einen frisch präzierten Malasada hier rüber. Mal. So Krapado ist viel zutraulicher gewohnt. Ja, das ist doch gut, dass er sich bald entwickelt. Haben wir den mal gefüttert. Kann nur hilfreich sein. Hör gut zu, junge Dame. Aber sofort kannst du dich auf der Stelle mit Spielern in der Umgebung verbinden. Wenn allerdings viele Leute in deiner Nähe sind, weißt du nicht, mit wem du verbinden wirst. Die weisen Worte des alten Mannes. Stell ich mir gerade so vor, du triffst auf der Straße so einen Typen, einen alten Mann, einen alten Sensei in Japan. Der will dir eine Weisheit sagen und mit dem Sofrottelin kannst du in die nächste Ebene kommen und dann so mit vielen Leuten kämpfen. Weißt du, das ist eine alte Weisheit. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss jetzt einfach irgendjemandem den Weg erklären, egal wohin. Gehst du von hier aus nach Norden, gelangst du zur Bibliothek. Im Westen geht es zur Route 10 und im Süden liegt Route 11. Puh, das hat gut getan. Jetzt fühle ich mich wie ein echter Polizist. Wenn du dich dann in echt fühlst, ist zwar nicht so richtig die Aufgabe des Polizisten, ist nicht die einzige Aufgabe, den Weg zu erklären, aber was soll es? Na, Loda wahrscheinlich wohl schon. Was haben wir denn hier? Okay, interessant. Ein Restaurant. Hab's nicht willkommen. Ein Sushi-Wok. Was darf's denn heute sein? Ich möchte was essen. Nichts, danke. Hier hast du die Speisekarte. Bitte wähle eins der Minis aus. Jedes Menü kostet 4.000 Pukodollar. Will ich's da auf ich dir bringen. Set Menü Ninja. Set Menü Samurai. Set Menü Gainsha. Set Menü Ronin. Später. Dann kommen wir später nochmal vorbei. Jetzt nicht wirklich. Ich fahr mal in so ein Restaurant. Das war jetzt kein Sushi-Restaurant, aber so ein chinesisches Restaurant. Das sah fast so aus. Das waren auch so runde Tische. Die Bar sah extrem so aus. Hat schon so einen Stil. Hm. Chinesisch-Japanisch. Ich glaube, es war chinesisch. Ja, hier ist es wahrscheinlich eher japanisch. Aber, ja, was soll es. Die Kulturen sind sicher nicht so unterschiedlich, dass man sagen würde, ach, kann man jetzt. Also, warum verwechselst du das? Ist irgendwie schon eine Ähnlichkeit da. Hier in einem Friseur. Oh, wird es Zeit für eine neue Frisur. Dann mache ich das nochmal schnell hier. Herzlich Willkommen. Was können wir für dich tun, junge Dame? Haare schneiden und färben. Ja, färben. Wieso nicht? Färben wir mal die Haare. Einfach mal. Was ganz Neues. Haare schneiden und färben. Kein Problem. 5000. Auf geht's. Neuer Style. Auf der dritten Insel. Ja, sieht doch schon besser aus. Ja, kann man annehmen. Ist sowas exakt Neues. Also, ist komplett über den Haufen geworfen, was wir bisher hatten. Aber, ja. Kann man machen. Mal was Neues. Wir freuen uns auf den nächsten Besuch, junge Dame. Jo. Ich hoffe, ich habe meinen Pikachu Cap jetzt nicht verloren. Ich hätte meinen Pikachu Cap trotzdem noch gerne auf. Hm. Wieso habe ich das nicht mehr auf? Nein. Ein Pikachu Cap. Geht das mit Dutz nicht, oder was? Das wäre ja schade. So, Klammerterie. Jo. Neue Hose gekauft. Was geht? Meine kurze Skinny Jeans. Ja. Sehr gewöhnungsbedürftiger Look. Meine Pikachu Cap vermisse ich auch. Die kann ich tatsächlich nicht mehr tragen. Ist das traurig, aber wahr. Mit Dutz kann man also keine Caps tragen. Naja. Ich werde mich wo dran gewöhnen müssen. Also, ja. Ich würde mal sagen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle. In diesem neuen Look gehen wir gleich in den nächsten Part. Starten wir gleich auf. Ich weiß auch schon, wo die Bibliothek ist. Da steht schon Lilly davor. Oh nein, jetzt bin ich direkt reingeswechert. Naja. Wie auch immer. Weiter geht's im nächsten Part. Wenn es nach oben sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ihr habt euch wohl einen angenehmen fürstlichen Tag. Und haut rein. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Man zieht sich. Bis zum nächsten Mal.